Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spillen wir nicht nur Tea über die Make-Up-Industrie, sondern wir testen heute die neue Revolution Beauty X Coca-Cola Limited Edition, die es offiziell ab dem 08.06. gibt, also ab morgen. Ich habe sie aber schon vor einer Woche bei mir im Rossmann gesehen und wir werden sie heute testen. Ich teste, damit ihr keine Fehlkäufe habt und wir werden schauen, wie die Produkte sind. Ich habe jetzt schon eine Meinung, da kommen wir aber gleich zu. Ich freue mich aber, dass ihr heute hier mit dabei seid und Lust habt, eine neue LE hier zu testen. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich Limited Editions getestet habe, vor allen Dingen von Revolution. Generell ist Revolution auf meinem Kanal überhaupt gar nicht mehr vertreten und das hat auch einen Grund und den möchte ich euch erzählen. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Euch kostet es nichts, mir bedeutet es die Welt und wir werden es schaffen dieses Jahr. Ich manifestiere es 100.000 auf YouTube. Es ist heute alles komplett anders als sonst bei mir. Es ist Dienstag und es ist 17 Uhr. Normalerweise drehe ich morgens um 5 oder 6. Ich hatte aber heute den ganzen Tag Besichtigungen hier bei mir in der Wohnung, um meine Wohnung danach nach mir zu vermieten. Wir haben nämlich gestern die Information bekommen, dass wir vermutlich am Montag, ich weiß nicht wann ihr das Video seht, am 13. Juni schon ins Haus kommen. Und das ist viel, viel früher als gedacht und demnach will ich einfach so ein bisschen Content vorproduzieren. Da kam es mir sehr gelegen, dass ich diese LE gefunden habe und wir starten einfach mal mit dem ersten Produkt. Wir haben hier einen Highlighter. Ich meine mich zu erinnern, dass es schon mal eine Kollaboration zwischen Coca-Cola und irgendeiner anderen Make-up-Marke gab. Ich, Sekunde. Morphe. Da muss ich sagen, ich blinde euch hier mal ein Bild ein, wie die Kollektion damals aussah. Fand ich ziemlich nice. Alles war wirklich in diesem Coca-Cola-Design gemacht. Die Verpackung war in diesem typischen Coke Red. Dann die Farben in der Palette waren wirklich rot und schwarz und grau und so typische Cola-Farben. Diese Kollektion, Spoiler-Alarm, macht für mich gar keinen Sinn. Farblich zumindest, aber völlig egal. Wir starten mit dem Highlighter. Das ist der Coca-Cola Creations Highlighter in der Farbe Highlighter, würde ich sagen. Es gab tatsächlich auch nur diesen hier. Ist ein recht großes Schätzchen. Hier sind insgesamt 6,9 Gramm drin. Und wir haben einen Ton, der so ein bisschen in die orange Richtung geht. Ich kann jetzt tatsächlich noch gar nicht erkennen, dass es überhaupt ein Highlighter ist. Ich dachte tatsächlich, dass das ein Blush ist. Hier drin ist einmal die Coca-Cola-Flasche. Diese Coca-Cola-Streifen, die übrigens tatsächlich auch getrademarkt sind. Also Coca-Cola hat nicht nur den Namen und die Schreibweise von Coca-Cola getrademarkt. Nein, sondern auch diese Welle hier. Wahnsinn. Okay, random Informationen. Und so ein paar Planeten und Sterne. Ich weiß nicht, was ich verpasst habe. Hat das was zu bedeuten? Weiß es jemand von euch, warum das alles so Star-mäßig ist? Wir starten tatsächlich. Ich benutze hierfür den Letizia Lemar FF4 aus der Feather Series und gehe hier einfach mal rein. Er hat keinen Duft und es kommt gut was auf den Pinsel ab. Ich baue mir das mal einfach hier so ein bisschen auf. Es ist tatsächlich ein Highlighter, der so einen ganz, ganz minimalen Touch an Farbe hat. Sieht man auf meiner Haut jetzt kaum. Er entspricht tatsächlich meiner Hautfarbe auch. Ich wäre mal gespannt. Vielleicht hat ihn von euch ja jemand schon getestet, wie er bei helleren oder auch dunkleren Häutchen aussieht. Finde ich nett, ist ein recht subtiler Highlighter und ist auch tatsächlich das, was gerade so ein bisschen gefragt wird. Wir müssen jetzt aber generell mal kurz über Make-Up Revolution reden, habe ich das Gefühl. Weil ich habe mich eine Weile lang nicht getraut, über die zu reden, beziehungsweise was da jetzt eigentlich gerade abgeht. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Make-Up Revolution hat BH Cosmetics gekauft. BH Cosmetics gibt es ja so nicht mehr. Das ist aber erst mal in Amerika. Ich weiß nicht, wie es hier in Europa, beziehungsweise in Deutschland ist. Da habe ich auch noch keine Informationen zu. Es ist ja wahrscheinlich auch noch ein laufendes Verfahren. Aber die haben das gekauft. Und das gibt Make-Up Revolution natürlich eine Vielzahl an Möglichkeiten, andere Produkte rauszubringen. Auf der anderen Seite habe ich persönlich Angst, dass, falls sie BH Cosmetics als BH Cosmetics weiterlaufen lassen, dass sie das genau so verramschen. Und das ist tatsächlich auch schon der erste Punkt, den ich mit euch so ein bisschen besprechen möchte, warum ich Make-Up Revolution gar nicht mehr so sehr hier thematisiere. Als Make-Up Revolution nach Deutschland kam, war das revolutionär tatsächlich. Sie hatten eine Vielzahl an Produkten aus Amerika nach Deutschland gebracht, die extrem innovativ waren. Wir hatten viele Foundation Shades. Wir hatten viele spannende Texturen. Aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Erinnert ihr euch? Also, seitdem ich YouTube mache, gibt es, glaube ich, Make-Up Revolution in Deutschland. Vielleicht auch ein Jahr früher oder so. Ich weiß noch, als diese ganze Make-Up Revolution Welle kam. Und ich bin ja ein Teil der YouTube Community und kriege ja ganz viel mit. Was kommt raus, was kommt nicht raus. Aber bei Make-Up Revolution habe ich persönlich irgendwann dicht gemacht. Es war mir einfach zu viel. Die waren ja schlimmer als Colourpop. Jede Woche kam eine neue Kollektion, eine neue Collab mit Friends und mit SEX in the City. Jede Woche kam irgendwas Neues. Und das hat mich total überrumpelt. Und ich probiere ja, auch wenn das mein Job ist, euch immer mit auf den Weg zu geben. Geht gewissenhaft mit Einkäufen. Vor allem mit Make-Up Einkäufen um. Denn das, was ich hier mache, ist absolut nicht normal. Also, jeden Tag irgendwas Neues, irgendwas testen, neue Limited Edition oder so. Das macht ja keiner. Und deswegen sage ich euch ja immer, entscheidet euch wirklich selbst. Braucht ihr das? Wollt ihr das haben? Sammelt ihr das vielleicht? Dann ist das in Ordnung. Ich zeige euch nur an die Hand, ist das gut oder ist das nicht gut. Das wird ab und zu so ein bisschen, habe ich neulich einen Kommentar gehabt. Möchte ich gerne kurz darauf eingehen. Wurde mir so ein bisschen vorgeworfen, ich wäre die ganze Zeit nur am Verkaufen. Meine Aufgabe hier ist es, nicht euch Produkte zu verkaufen, wie in diesem Video jetzt beispielsweise. Wenn ich hier etwas zeige und meine Meinung dazu äußere, ist es oder sollte es zumindest nicht dieses Verkaufen. Ich will euch das verkaufen. Ich kriege ja keinen Cent von Make-Up Revolution hierfür. Ich habe gerade 50 Euro bei Rossmann selber ausgegeben dafür. Auf der anderen Seite, die Sachen sind nett. Ich weiß jetzt aber nicht, wartet mal. Ich habe gerade kurz gedacht, dass der Glow ein bisschen zurückgegangen ist. Ist das schon abgefallen? Es ist sehr, 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 sehr pudrig tatsächlich. Und das ist das, was mir so ein bisschen auffällt. Also A, es kommen einfach so viele Produkte raus. Und ich habe den Eindruck, dass je mehr Produkte du rausbringst, desto weniger kannst du darauf achten oder willst du vielleicht auch darauf achten, wie die Qualität ist. Ich habe jetzt hier tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen günstiger formuliert ist. Du siehst halt einen Schein und der ist sehr subtil. Das ist nicht das Problem. Aber er ist sehr, 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 sehr pudrig auf der Haut. Wenn du es dann vielleicht nass machst und so ein bisschen Feuchtigkeit wieder zurückgibst, dann kann ich mir das Ganze ganz gut vorstellen. Jetzt kommen wir aber zu der Lidschattenpalette und die fand ich eigentlich vom Design her von außen ganz schön. Es ist recht dunkel. Hier steht Coca-Cola mit drin. Ich habe kurz gedacht, als ich das gesehen habe und nicht Coca-Cola gesehen habe, dachte ich Stranger Things. So von den Farben dunkel und auch die Farben in der Palette schreien für mich Stranger Things und nicht Coca-Cola. Und jetzt ganz kurz, das ist, vielleicht weiß es jemand von euch. Das ist investigativer Make-up-Journalismus, nur dass ich nicht Journalist sein kann, um herauszufinden, warum es ist. Das verrät dir ja keiner. Also ja, die Farben, also ja, in den Fännchen ist so eine kleine Flasche eingedruckt. Das heißt, die Farbe wurde selber so für Cola angefertigt oder für die Cola-Kollektion. Aber irgendwas lässt mich nicht los und sagt mir, dass das nicht dafür geplant war. Oder sie sind so ein bisschen am Thema vorbei. Denn die Farbnamen sind Orbit, Bubbles, Komet, Rocket, Satellite, Star, Gravity, Space, Galaxy, Zodiac. Verstehe ich nicht so ganz. Könnt ihr mir folgen? Wisst ihr, was mich daran so ein bisschen verunsichert? Weil schöne Farbauswahl. Wirklich bunt, mal was anderes für die Drogerie aufregend. Sind auch, soweit ich das jetzt sehen kann, alles Schimmertöne. Schimmertöne. Okay. Aber das Konzept der Palette entspricht nicht der Vorstellung. Und das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, wie wir haben einfach irgendwas rausgehauen, was gerade irgendwie geplant war. Vielleicht war es eine Collab mit Stranger Things oder so geplant. Und die sind abgesprungen. Von den Farben würde das vielleicht passen. Und dann haben wir Coca-Cola angeschrieben und dachten, wolltet ihr die Farben haben? Ja, okay. Kaufen wir die Rechte an dem Namen und dann packen wir das zusammen. So ein Vibe kriege ich. Ich will jetzt hier mal reingehen kurz, ob das wirklich alles Schimmertöne sind. Ja, das sind tatsächlich alles Schimmertöne, wenn auch recht subtil. Aber wir haben verschiedene Texturen. Wir haben sehr zarte, die man mit Sicherheit auch sehr gut als Mattenton benutzen kann. Wir haben aber auch so sehr folierte Töne, die so ein bisschen in die graue Richtung gehen. Und der ist tatsächlich recht spannend. Fühlt sich sehr cremig an. So ein bisschen Duochrome, braune Base und grünen Schimmer. Und auch hier die Farbe Star fühlt sich gut an. Also es sind verschiedene Qualitäten an Tönen mit drin. Ihr seht es alleine auch schon am Swatch. Die Halbmatten haben sich nicht ganz so gut swatchen lassen, wie beispielsweise diese Extrem Schimmer. Das ist normal für so einen Ton. Aber es ist spannend. Dadurch, dass das alles Schimmertöne sind, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was wir schminken. Also, wir probieren jetzt einfach mal ein bisschen was aus. Das sind verschiedene Texturen. Halbschimmer, Schimmer, Creamy Schimmer. Wir machen einfach mal und schauen, wie es wird. Ich habe euch mal ein Stückchen näher rangeholt. Dadurch, dass das alles nicht richtig matt sind, müssen wir sie auch anders auftragen. Ich möchte mal heute so einen klassischen Sonnenuntergangslook schminken. Und starte mit dem Letizia und Max im Pinsel Nummer 3. Und gehe ich hier in die Farbe Rocket. Das ist so ein schöner Schimmerton und den presse ich mir aufs Auge. Wunderschöne Farbe. Wunderschöne Farbe. Sieht ein bisschen aus wie Günstmaus von mir und Catrice tatsächlich, so vom Ton her. Hat aber einen wesentlich stärkeren Pinkanteil mit drin. Extrem pigmentiert. Sehr cremig tatsächlich. Und das trocken. Also, ihr könnt ihr natürlich auch das machen. Dann wird er noch so ein bisschen folierter. Finde ich aber gar nicht schlecht. Vor allem jetzt auch für den Sommer. Ich bin halt, ich will halt gar nicht negativ sein. Oder alles, was ich gerade gesagt habe mit den Farben und ob das jetzt so typisch Sommer ist oder so, soll gar nicht negativ klingen. Ich will euch einfach nur meine Gedanken mitteilen. Weil, first impression, jetzt auch von der ersten Farbe her, ist es eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Ich nehme jetzt mal hier so einen kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Eclipse. Das ist so ein Medium Schimmer. Also, der ist nicht ganz so krass schimmerig. Und damit probiere ich jetzt mal die Farbe so ein bisschen auszublenden. Kleine Warnung. Mit Schimmertönen, nur Schimmertönen zu arbeiten, kann auch manchmal ein bisschen in die Hose gehen. Weil ihr natürlich, vor allem wenn ihr vielleicht ein Schlupflid habt oder so wie ich, ich habe ja auch hier ein bisschen mehr Haut als hier, ihr betont die Stelle. Und das kann sein, dass es manchmal einfach ein Schlupflid betont. Wenn ihr viel Platz am Auge habt, könnte ich mir das Ganze aber spannend vorstellen. Und das ist jetzt auch eine recht schöne Farbe. Ich gehe jetzt einfach hier noch in die Farbe Komet mit rein und packe mir die hier rüber. Und jetzt seht ihr natürlich auch den Schimmer. Man sieht nicht so viel von der Farbe an sich, weil die Lichter das Ganze so ein bisschen blockieren. Aber wenn ihr euch dreht, ist es eigentlich eine schöne Farbe. Die Farben sind ein bisschen pudrig, finde ich. Aber ansonsten ist es eine schöne Farbe. Ich gehe jetzt mal in die Farbe Zodiac und dunkel mir hier die Lidfalte noch ein bisschen ab, um wenigstens ein bisschen Kontur reinzukriegen. Die greift jetzt aber nicht mehr so ultra gut. Hm. Schwierig. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu einer Palette, die ausschließlich aus Schimmertönen besteht, aber aus verschiedenen Dimensionen von Schimmer besteht. Eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube, dass das vielleicht ganz spannend sein könnte. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe diese Palette nicht. Ich mache den Pinsel ein bisschen sauber und möchte jetzt hier unbedingt in die Farbe Constellation gehen. Auch das ist so ein bisschen Duochrome-mäßig. Lila-bläulich. Auch eine schöne Farbe, ne? Nice Farbe. Wirklich beeindruckend. Ich habe lange kein Make-Up Revolution mehr benutzt. Vielleicht ist das auch eine Standardfarbe für Make-Up Revolution. Aber auch die reflektiert so ein bisschen bläulich und hat einen recht lilanen Schimmer drunter. Ich gehe jetzt hier nochmal in die Farbe Bubbles. Auch das ist so ein Lila. So ein bisschen aufs Zentrum. Und dann probiere ich damit so ein bisschen auszublenden. Ich glaube, das wird nicht, ne? Ne, das geht nicht. Ich gehe nochmal in die Farbe Constellation. Manchmal funktioniert es mit einem Blendepinsel in den Schimmerton zu gehen und damit fegt ihr so ein bisschen die Schimmerpartikel raus und habt am Ende nur den Mattenanteil auf dem Pinsel. Aber halt auch nur begrenzt, ne? Ihr seht, Janusz mit Röndern, Justin Bieber. Tolle hier. Qualitativ okay. Also es ist wirklich okay. Was hat die gekostet? Ich glaube 12 Euro. Jetzt hier nochmal in Moonbeam. In diesem blauen Ton. Ich habe das hier einfach nochmal so ein bisschen rüber. Es ist halt sehr spacig. Was sagt ihr? Schade, dass ihr mir nicht live kommentieren könntet. Also ich finde die Texturen sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Aber dadurch, dass es alle Schimmer sind, hm, ist halt nicht Cola, ne? Alright. Also zusammengefasst, schöne Farben. Okay, ne? Also sind ein bisschen trocken. Man kann aber damit arbeiten. Und ihr habt halt sehr schöne Effekte. Also wenn ihr eine Ergänzung zu einer Palette haben wollt, die vielleicht recht viele Matze hat, aber bunte Matze. Es gab, glaube ich mal, von BH Cosmetics tatsächlich eine, die nur matte Farben hatte. Und damit könnt ihr das Ganze so ein bisschen ergänzen. Damit ist das Ganze fein. Ich mache mir jetzt mal nichts im unteren Wimpernkranz. Und wir testen die Mascara. Das ist die Revolution Beauty Mascara einfach. Hat ein recht großes Bürsten. Ich zeige euch das hier einmal in einer Nahaufnahme. Und ich körle mir jetzt einfach mal die Wimpern. Sodass wir sehen können, okay, im Vergleich, was kann die? Auch hier Packaging recht schlicht. Es steht einfach Coca-Cola drauf. Und die Pflichtangaben, wie lang ist das haltbar, die Trademark von der Coca-Cola Company und Mascara. Das Bürstchen ist recht groß. Geht's einfach mal durch. Macht krasse Wimpern. Auf den ersten Eindruck. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie lange sie hält, ne? Also ausgesprochen schöne Wimpern, muss ich sagen. Ich zeige euch das einmal hier nochmal, von unten und von oben. Schön lang, schön schwarz, ohne diese Fliegenbeine zu machen. Auch im Vergleich sieht es, glaube ich, ganz gut, dass sie eigentlich gar nicht so schlecht ist. Okay, also ich muss wirklich sagen, First Impression, der Mascara gefällt mir gut. Schöne Wimpern, schön nach oben, ohne zu klumpig zu sein. Ist es jetzt was Besonderes? Ne? Sieht sie trotzdem nett aus? Definitiv, ja. Was wir jetzt noch probieren, ist ein Lipgloss. Und da hoffe ich, dass er wenigstens ein bisschen nach Cola schmeckt oder so. Das sind die Coca-Cola Lipglosse. Gab es in drei verschiedenen Farben. In Atmospheric, in Elevation und in einer dritten. Ich habe jetzt nur zwei genommen, weil ich hatte einen Tester und dann habe ich gedacht, komm, ist jetzt auch egal. Beide haben so eine leichte Färbung. Ich denke mal nicht, dass man die auf den Lippen sehen wird. Ich nehme jetzt mal den rosanen und packe den gelben in eine Verlosung. Wir werden ja dann sehen, wie viel Farbe da wirklich mit rauskommt. Ich verstehe es halt gar nicht. Okay, so sieht das Ganze aus. Recht klassische Verpackung, recht großer Camus-Applikator. Also er riecht, aber halt nach nichts. So ein bisschen süßlich vielleicht. Ihr seht auch direkt einen Gloss-Vergleich. Kein klebriger Gloss, der macht keine Fäden. Sehr gut. Das ist halt ein Gloss jetzt, ne? Was ich mir vorstellen kann, das probieren wir jetzt nochmal aus, ist mit einem Blush-Brush hier in eine Farbe reinzugehen. Vielleicht sogar in Elevation, Zodiac und Comet und dann sich so ein bisschen was anzumischen. Kann ganz spannend sein, weil sie ja auch eine schöne Schimmertextur haben. Das, finde ich, ist eine schöne Ergänzung. So, ist mal eine andere Farbe. Ihr könnt euch auch wirklich so ein bisschen was anmischen. Dann habt ihr eine individuelle Farbe. Auch in anderen Farben, ne? Also ihr könnt dann zum Beispiel einen bläulichen Touch mit reingeben oder so ein Duochrome-Touch mit irgendwie. Das gibt der Palette ein bisschen mehr Daseinsberechtigung, wenn ihr wisst, was ich meine. Ist nett. Und ja, als Blush finde ich sie tatsächlich fast noch schöner als Lidschattenpalette. Ich bin super gespannt, schon lange nicht mehr so gespannt gewesen, was ihr zu dieser Kollektion sagt. Könnt ihr meinen Gedanken so ein bisschen folgen, dass ich so ein bisschen den Eindruck bekommen habe, das hat gar nichts. Also nicht mal die Farbnamen haben irgendwas mit Cola zu tun, dass es vielleicht eine andere Limited Edition war, die für eine andere Brand geplant war. Und die Produkte waren halt jetzt nun schon mal konzipiert oder das Konzept war schon da. Und sie haben es einfach weitergegeben an Cola beispielsweise. Oder sagt ihr, okay, Cola macht jetzt auch eine Raumfahrt und ich liege falsch. Da bin ich super gespannt, was ihr dazu sagt. Prinzipiell ist eine nette LE, so von der Qualität her, haut mich jetzt aber nicht um. und 40, 50 Euro für alle Produkte, das ist schon eine Menge Geld für das, was es am Ende ist. Ich freue mich auf eure Kommentare, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne den Kanal und lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!